Tödlicher Dienstag bei RTL mit neuen Ermittlern. Beringer, Kripo Bamberg. Irgendein Arschloch hat neuerdings Spaß am Zündeln. Zündeln ist ja das eine, aber jemanden umbringen ist was anderes. Wenn ich die Toten hier reinlasse, habe ich keinen Platz mehr für die, die töten. Ich will wissen, wer meine Tochter getötet hat. Sind sie noch ganz dicht? Die einen sagen so, die anderen so. Beringer und die Toten, ein Bamberg-Krimi. Am 27. Februar und streamen auf RTL Plus.